Machete, Mais, Klebeband, Elektroschrott, schmutziges Wasser und Stimpaks, sehr schön, quasi so ein kleiner Boost für den Anfang. So, aber okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise nach, hier, warum eigentlich nicht zur Goodsprings-Quelle und werden von hier aus langsam aber sicher Richtung Süden, Richtung Prim marschieren, Richtung Prim, nicht Prim, Entschuldigung. Das ist Prim da vorne mit der Achterbahn, ziemlich freaky hier alles, wird formuliert. Okay, welchen haben wir hier? Hm, stimmt was nicht. Hm, wo ist sie? Hm, mal sehen, was ich tun kann. Beilen Sie sich. Ja, das ist eigentlich die dazugehörige Quest zu dem, was wir im letzten Video schon gemacht haben. Ähm, wer sich erinnert, wir haben hier oben die ganzen Gekos getötet und am Ende lag da dieser riesige Leichenhaufen. Das ist die dazugehörige Quest. Der Typ schickt uns nämlich da hoch und da oben wartet dann eine Falle auf uns, denn da oben ist ja gar keine Frau gewesen, wer sich erinnert. Ähm, der Typ ist nämlich so ein Perverse, der uns einfach nur vergewaltigen will. Nein, Quatsch. Äh, ja, das Ganze ist nur eine Falle von dem. Ist das Xanderwurzel? Brockblume. So. Ja, ja, die gute Brockblume. Laufen wir nochmal dahin. Äh, da müsste der Typ eigentlich hier oben getriggert werden. Ha, die Achterbahn. Ja, in dem Spiel werden wir generell auf einige sehr, sehr ausgefallene Orte treffen. Äh. Ja. Kann man schwer beschreiben. So. Das heißt, ich bin hier um die Leichen. Oh mein Gott. Wir wurden von dem reingelegt. Hier ist ja gar keine Frau. Ein toter Mann liegt hier. Eine Kamera, weil er das Ganze noch fotografieren wollte. Da ist er. Ja. Sehr schön. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Jetzt habe ich dich. Macht Spaß? Der blutet ein bisschen am Hals. Da läuft er weg. Ist aber wieder typisch. Ich glaube, der wird keine mehr Probleme bereiten. So. 9mm Pistole und die Munition dafür. Elektroschrott, Kronkorken. Arztkleidung brauchen wir nicht. Schirmmütze mit Brille brauchen wir auch nicht. So. Sehr schön. Alles klar. Auch mal wieder einer der etwas ausgefalleneren und verrückteren Charaktere, die wir hier treffen werden, wie ihr gemerkt habt. Ohne Worte sowas. Wir müssen aber jetzt ein bisschen in diese Richtung hier laufen, denn da vorne ist auch noch ein Ort, den ich unbedingt abplappern möchte. Nehmen Sie ein Stückchen aus Ihrer... Ich habe doch schon da draus getrunken. Ich verstehe es nicht. Ich bin schon einfach zu blöd dafür. Ich weiß es nicht. So. Da vorne haben wir Prim. Da müsste hier vorne irgendwo der Highway sein. Und über den Highway werden wir dann zu dem Ort gelangen, wo ich hinwollte. Mein Quicksave an dieser Stelle. Ich habe gehört, dass die Soundtracks, die hier für das Radio verwendet wurden, nicht von YouTube blockiert werden. Aber das Risiko eingehen möchte ich nur ungern. Las Vegas Prim. Okay. Also rechts rum. Und zwar haben wir hier... Da rechts ein paar... Oder hier... Ein paar Pulverbanditen. Ihr wisst ja, wir sind Kontrapulverbanditen. Wir sind Kontrapulverbanditen. Du Schande, wirft die mit Dynamit, ey. Ist aber auch nicht mehr normal. Da läuft der Hund. Boah. Learn how to fly. So. NK-Dollar. Dynamite, Einschussflindel, Hydra. Munition, Munition. Kronkorken. Sprengermesser brauchen wir nicht. So. Sehr schön. Okay, hier haben wir auch ein kleines süßes Flugzeug. Hat doch was, oder? So. Wo haben wir den anderen getötet? Hier unten, ne? Müsste eine Sprengstoffkiste sein, genau. Wird aber als Diebstahl gewertet, was ich ziemlich blöd gemacht finde. Ich meine, wir sind gegen die. Das ist, als würde man Raider töten und die plündern. Für mich. Finde ich ein bisschen blöd. Aber, naja. Ist nun mal so. Alles klar, gehen wir mal hier in diese Hütte rein. Hier drin dürfte, soweit ich mich erinnere, kein Gegner sein, oder? Ne. Alles klar. Spint. Verschlossen. Spint. Munition. Und Vorkriegsgeld. Können wir noch nicht knacken, okay. Stern, Kronkorken, Schlüssel. Achso, so machen wir das also. Munition. Munition. Boxbandage. Hülse. Korken. Ne schallgedämpfte Pistole. Und ein Söldneroutfit. Okay. Sehr schön. Raus hier. So. Das war doch schon mal ganz erfolgreich. Wie gesagt, am Anfang ist es ganz schön wichtig, die ganzen Ortschaften zu plündern. Dadurch kriegt man ein paar Kronkorken und was weiß ich nicht alles. Und für den Anfang ist sowas natürlich extrem wichtig. Kommode. Munition. Und ein Negligé. Ne, danke. Ich bin gerade nicht so erotisch gestimmt hier. So, hier sind wir schon nochmal Pulverbanditen. Ja, da sieht man es schon. Bleibt sitzen. Und ihr merkt schon das Kleinkalibergewehr. Westlager der Pulverbanditen. Okay. Ähm, ja. Das Kleinkalibergewehr macht ordentlich Schaden. Jetzt am Anfang vor allen Dingen. Jet. Korken. Ähm. Stimpack natürlich. Tripp ihn. Oh mein Gott. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. So. Ähm. Anders als in Fallout 3. Also erstmal, wir haben hier genau wie in Fallout 3 eine gute Anzeige unserer Körperteile. Allerdings können diese nicht mehr durch Stimpacks geheilt werden. Dafür müssen wir jetzt diese Arzttaschen benutzen. So. Wie ihr sehen könnt. Und jetzt können wir Stimpacks benutzen, um die Körperteile zu heilen. Ach Quatsch. Das sind auch Arzttaschen, die da benutzt werden. Also hier geht gar nichts mehr über, ähm, Stimpacks. Stimpacks sind wirklich nur noch da für die reine Lebensenergie. Und selbst da, wie ihr jetzt sehen könnt, regeneriert sie sich erst nach und nach unten links. Also die haben da einiges verändert, was wie ich finde den Schwierigkeitsgrad extrem anzieht. Dynamit, Dynamit, Notiz lesen. Auf dem Zettel steht, nur wenige Patrouillen in letzter Zeit hier draußen, also auch nur wenige Beute. Unsere Crew meint, wir sollten bald weiterziehen. Folgen den Schienen nach Norden, zurück zum Strip. Bist du dabei? Sind zwar nicht mehr in der Strafkompanie, aber wir halten trotzdem zusammen. Ah ja. Geld, Munition, mal wieder eine 9mm Pistole, Dynamit, Korken und ein paar Hülsen. Also nichts allzu besonderes im Nachhinein. So. Ich passe jetzt ein bisschen mehr auf Minen auf, wie hier zum Beispiel. Pulverladung. Sehr lustig. Rüstungskoffer. Na, das ist es nicht wert. Das ist es wert und das ist es wert. Das ist wieder eine Kiste, aus der wir nichts klauen dürfen. Schrank. Brauchen wir nichts von. Okay, hier könnte man, soweit ich mich erinnere, nicht reingehen. Genau. Sehr schön. Gehen wir wieder hier hoch. So. Alles klar. Hier kommt Prim immer näher. Da vorne ist es schon. Und uns geht's verdammt dreckig, muss man dazu sagen. Büffelkürbis. Okay. Und... Quick Save. Blub, 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 blub. Was ist das denn da vorne? Ah, ein Gecko, okay. Der fordert uns doch raus. So, haben wir irgendwas zur Regeneration, was nicht unbedingt ein Stimpack ist? Los Angeles, Nipton. Nach Nipton werden wir auch noch kommen.